Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem, ja, mehr oder weniger Frage-Video. Heute haben wir Freitag, den 7. März. Ähm, mir ist langweilig und ich habe geplant, oder ich habe eventuell vor vielleicht, dass ich so ab 17... Nein, nicht ab 17 Uhr, ist ja schon vorbei, ab 19 Uhr, ich wollte sagen ab 7 Uhr. Also ab 19 Uhr heute vielleicht mal einen kleinen Test-Livestream startet. Jetzt ist nur die Frage, habt ihr Lust, habt ihr Zeit? Weil ich würde das nämlich nur machen, wenn so ein paar Leute zuschauen. Weil wenn jetzt irgendwie welche Leute sagen, ja, nee, heute kann ich nicht oder keine Ahnung. Weil ich einfach mal so ein paar Sachen mit dem Open Broadcaster austesten wollte. Den habe ich mir jetzt nochmal neu gedownloadet. Und, ähm, ja, was würden wir dann spielen? Also ich denke mal Minecraft, ein bisschen Survival Games auf meinem Stammserver. The Dust MC oder vielleicht auch irgendeinen anderen Spielmodus, mal gucken. Vielleicht dann noch eine Runde Curve Fever, da habe ich jetzt... Das habe ich jetzt für mich neu entdeckt irgendwie, richtig cooles Spiel. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr könntet. Und, ja, dann könnt ihr einfach mal um 19 Uhr oder ab 19 Uhr mal einschalten. Und dann mal ein bisschen warten. Und wenn ihr halt so nach 5 oder 10 Minuten nichts hört, dann habe ich den, äh, halt so gesagt, habe ich den halt abgesagt. Weil, ähm, ich gucken muss, wie viele Leute halt wirklich wollen würden. Sagen wir mal so. Und, ja, schreibt einfach mal unten rein, ob ihr Zeit hättet oder nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht nachher beim Livestream. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020